Merkst du, was ich merke, wenn ich den Output verstärke? Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg, als Text, der kein Behälter-Sarg sein mag, schreib ich mich auf Um nicht zu ex oder zu inkludieren, Platzangst reduzieren, zieh ich mich zu und ab und zu aus Und hör nicht auf, Prozess und Technik, um mich selbst zu buchstabieren Zeiträume neu im Sinn von Weiterformulieren, um dann wie hier, später bei dir zu sein wie Tinte Die sich ausstrecken will, einsaugen lässt, in ein Bett aus Papier Verstärker Verstärker Merkst du, was ich merke, was ich bis zur Rückkopplung verstärke? Hat als Effekt Reflecting Skin Merkst du, was ich merke? Wo ich nicht war, komm ich nicht hin Ich merk, was auf der Haut und das macht Sinn Falls du mich liest und darauf stehst Dich von mir berühren lässt Und mich berührst Verstärker Verstärker Merkst du, was ich merke? Wie sich Mystery und History und History verstärken Falls es nicht Liebe ist, wird es die Bombe Beziehungsweise Kiste sein Und ich als Text fall immer wieder auf und nehm mich selber rein Und denk, na nun Na nun, denk ich Jetzt bin ich hoch, fast weit zu Dann geh ich raus und kicke Und wer steht draußen? Ecke Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg Das ist ein Sarg Das ist ein Sarg Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.